Was heute passiert? Pervers! Und ne Fählschlicke! Chonkubi! Shabashu Kanumi! Kenkuu! Hahahaha! Achtung, die kommt doch so nach! Ja Junge! Du hast uns aus Ruhen gezogen! Du hast dir ne Reiche geklärt! Kompliment lieber aussehend! Nicht in meinem Hauch! Nexus ist gerade ziemlich beschäftigt! Nein, bezahlten Urlaub! Leute, willkommen zurück zu einem neuen Sims 4 Video! Jan gibt sich jetzt erstens selbst Zuspruch für der Junge, das ist traurig! Oh, Nexus! Arbeiten und eine Leidenschaft! Was bringt das alles noch? Zur Arbeit gehen, stumpfsinnig alle Aufgaben erledigen, bezahlt werden, schlafen und wieder von vorne! Was soll Nexus eigentlich hier? Ich glaube, Nexus ist nicht zufrieden! Wie kommst du darauf? Ah, nee, erst mal schlafen! Sehr wütend! Hä? Digga! Der Typ! So, und danach! Um Verabredung bitten! Ich weiß genau, was ich vorhaben, Nexus! Ist ja traurig! Ich denke, er will mich verarschen! So, äh... Wer war, wer, welch? Ah ja, Dina Kaliente! Katrina Kaliente! Hä? Hä, was? Hä? 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 Hä, was? Hä? Hä? Egal! Egal, Dina Kaliente Randa! Und ich? Kann ich mal bitte, Freddy? Was? Eben wollte so... Eben, weißt du, in der letzten Folge hat er keinen Bock mehr, hat er die Kontrolle wieder abgegeben und jetzt will er auf einmal wieder Kontrolle haben! Nee, das meine ich nicht! Das gleiche machen wie Jan! Äh, wie? Ach so! Hä? Ja! Ja, hat er sich jetzt verabredet oder nicht? Ja, ich will mich aber verabreden! Also! Äh, ja, wenn du fertig möchtest schlafen, aber... Lass mich ausschlafen diesmal! So! Einen da noch aktuellen Grundstück... äh, äh, zu... hey! Hier, Dina Kaliente! Die Schwester von Dina Kaliente! Haha, ihr habt mir nicht mal so eine Schwester anhören! Warum machen sie gerade die zwei, die depressiv sind, an Weiberern? Äh, ihr seid nicht depressiv eigentlich, ich hab eigentlich, äh... Da steht traurig! Ja, gut, der ist immer... was will der denn? Welche Wahl hat Jan? Wegen Angst vor unerfüllten Träumen! Ja, deswegen kriegst du ja jetzt ne Freundin! Hör auf zu zocken, ruf die Olle an! Leute, dieses Video wird auch einfach 40 Minuten lang werden, beziehungsweise ich werd das in zwei Parts packen, also... Nein, lass uns einfach mal 40 Minuten! Ne, Xxl-Folge! Ja, bevor wir dann mit den anderen Overwatch-Docken gehen! Ich sie! Wer? Dina Kaliente! Was macht die da schon wieder? Die geht einfach an unsere PCs! Ey! Ne, Jo! Aber das hat Süb... Hat ihr da Plus gegeben! Hä? 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 Na, Tagefragen haben wir schon gemacht, Romantik... Versuchen zu flirten... Nein, Jan ist ganz depressiv, das wird nix, das geht in der Hose! Tag, Tag! Warum ist Jan in der Unterwelt, der Junge?! .... ... ... ... ... ... warte der klopf jetzt hat es nicht gebracht ernsthaft hallo lass eifer, lass die eifer um Rat bitte oh, oh shit die haben sich gerade gestritten, was ging jetzt? warum blöden? Entschuldigt, er entschuldigt sich gerade erst mal, die haben gerade sich gestritten das klingt sehr pervers das klingt sehr pervers das klingt sehr pervers du sollst sie der geht einfach der geht jetzt noch weiter über Interessen reden was macht Ivan da? ist das da Ivan? ne, das ist Kilian Wann macht Kilian da? der ruiniert, wir haben stayed schick den weg Kilian ist schon selber weg gegangen ja ooooooooooh oooohh heee O Olha und Bloblau Holy shit Wie sieht mein Schlaf aus ? Über angste reden, joja k eliminate Von herzen komme ich das Kompliment machen Selbstsicher, jawoll. Jetzt. Muskelzeit. Welche? I wait. I wait. Alter, das läuft. Das ist ja golden. Fragen, ob es im Single ist. Es ist beinahe, als würde jemand sein Leben kontrollieren. Wird Kilian seine... Was? Wird Kilian seine Träume letztendlich verwirklichen können, oder wird derjenige, der sein Leben kontrolliert, verhindern, dass seine Wünsche wahr werden? Freddy? Ja? Wie sieht mein Schlaf aus? Äh... Hälfte. Wie Hälfte? Ich rede, wie viel Energie ich hab. Hälfte. Ja, ich sag ja, Hälfte und danach ist er auch voll ausgeschlagen. Was macht er? Ey, ich schwör... Ey, ich schwör, Kilian! Ey, Kilian ist so ein Fuchensohn. Warte, angespannt? Nein, 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 nicht zur Arbeit gehen. Ja, geh zur Arbeit, Kilian. Mach. Ah, sie ist Sportfan. Aha, sie ist Sportfan. Gut. Ach, wegfliege. Äh... Ach so, ich dachte, du schickst sie jetzt nach Hause. Nee. Ey, was ist das da unten im... Guck mal, das erste Symbol, das leuchtet richtig bei Jan. Ja, Selbstsicherheit. Das... Das ist selbstsicher? I don't know. Ja, aber das strahlt ja... Jan ist ja mal... Angst besiegt. Jan hat seine Angst mit einem Seufzer, der Erleichterungen besiegt. Er hat das Gefühl, als könnte ihm nichts und niemand mehr etwas anhaben. Was? Kilian! Alter. Ey, ich schwör! Schick den Arbeiten! Kann der Junge jetzt arbeiten gehen? Uuuuuh! Ey! Warte mal, irgendwer ist rot! Ja, Ivan macht schon Essen. Was hat er schon wieder gemacht? Reparier das! Wer, ich? Ne, ich. Opfer! Auf! Auf! Irgendwie geht Herz nicht hoch. Ich glaub, wir müssten bei mir ein Kompliment machen. Ähm... Oha! Was? Oha! Mua! Neppu-Pu-Wau! Oha! 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 Hä? Hä? Ah! Sie haben sich gerade über Geld gestritten, Junge! Wetten, die kommt aus so ner richtigen Snoop-Pamilie. Wer eigentlich für uns noch reich ist. Egal, Jan entschuldigt sich. Und dann, äh, mutiger Anmachspruch. Ja, komm, Randa. Wer Jan das vergeigt, is dazu. Ach, so wie es gerade läuft, Jan ist gerade richtiger... So sah es bei mir am Anfang auch aus. Oh, oh. Oh, es hat gefunktioniert. Sag ich ja! Jan ist gerade absolut im Höhenschlug! Jan ist gerade eine richtige Maschine, Alter. Jawoll, Jan! Komm, zie! Freddy hat die folgende Tuningteile erhalten. In letzter Zeit... Oh, 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 oh. Jan, Junge, ey, er zieht durch! Ey, Lexus. Oh, guck, Jan leuchtet unten im Bild! Sie haben gerade ihren ersten Kuss erlebt, Digga. Hä? Noch mal? Was? Na, egal, komm, noch mal. Oha. Digga, Jan ist gerade! Der ist gerade ein richtiger Macher, Digga. Holy shit. Ah! 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 Explorab! Get some damn! Faboong! Also, der kann doch mal normal mit der reden, damit das Freundliche übergeht. Ich glaube, das Freundliche, was nicht unter dem Lieben sind. Freebie Marblesaur. Ah! Freebie Marblesaur? Ja, ja. Mach mal nur hier Freunde, ne? Von Comedy, von Videospielen, vorliegen zu abläuten. Auf Wiedersehen, bitten zu gehen. Bitten nur Freunde zu sein. Also, nee. Okay, gut. Never fuck. Irgendwo. Alter, bei dem läuft richtig jange. Ahaha! Jan ist gerade am Stechen! Noch nicht. Aber nah dran. Zumindest kommt er dem ganzen sehr, sehr nah. Hähnchen halten. Komplimentierbar aussehen. Ey, ich schwör. Wieso kannst du keinen weiteren Sims machen? Weil ich das eher am Anfang hätte machen müssen. Oh, Alter. Jan hat irgendwas mit Jans Kristall oben. Oh, Jan kann parfait. Jan erträgt es einfach nicht, um in der Nähe eines Sims zu sein, gegen den er einen Groll sieht. Das sogar immer heiß und lieb. Da ist noch was. Da war was. Da ist was rotes. Ja, ich ist hungrig. Randa, Digga. Rein, rein, rein! Alphateam, rein! Oh ja, oh ja, oh ja. Aga! Ja! Jan, du! Warte, jetzt stopp mal kurz, Jan! Dina ist eben die Freundin von Jan geworden. Jan, Junge! Du hast den Sims, deine erste Freundin! Jan! Scheiße! Warte, wie heißt die Freddy? Ach ne, warte! Das war Ivans Freunde! Das war die, an die Iwan sich gerade machen wollte! Du hast sie, und jetzt hat er sich die geklärt. Charmedazza! Jan so, ja, ich bin halt einfach ein Macher! Ja, aber Jan Freddy hat gerade einfach durch weggeklickt! Und es hat irgendwie alles funktioniert! Alles! Boah! Randa! Wenn das jetzt schon funktioniert, ne? Ey, wenn das jetzt funktioniert, dann... ... Ja, was ist denn jetzt? Mach doch! Jan! Komm! Oh! 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 Ja! Ja! Jan, du hast sie geheiratet! Ja! 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 Scheiße! Jörg! Alter! Jan hat sie zu ihr! Wir sind nicht alle! Holy shit! Guck den Ring, Freddy, guck den Ring! Hochzeitsfeierplan Ereignis starten Kosten 1000 Dollar Das kriegst du nicht an Fick nicht, eure Hochzeit, du hast drauf erschoben Catering Warte, wer ist, warte, warte Wer ist, wer ist Priester Keine Ahnung Catering, das macht Freddy, würd ich sagen Ey, Nexus, unser Haus Ihr Haus Ja, Junge, du hast uns aus Ruhen gezogen Du hast dir ne Reiche geklärt Jawoll Hallo, wir kriegen da auch Geld von So Ja, komm, wir fordern und mix da an Boah, der Musiker ist Ivan Nee, kann ich nicht machen Doch, mach Ivan bei Gästen raus Ivan ist kein Gast Du und ich sind Gast Und wo ist Ivan? Ivan ist nicht da Warum nicht? Darum So Wobei, Digga, scheiß drauf Wir brauchen gar nichts davon BAMS Er ist aber wunderschön Scheiße, Digga Ey Freddy Aber ich kann mir richtig gut vorstellen Nach dieser scheiß Hochzeit geht's nur noch bergab Spätestens wenn das erste Kind kommt Jan hat einen Namen schon fürs Kind Ja, Jan? Sehr geil Sehr, sehr geil Sehr geil Sehr geil, welts Mäscher Wenn's Mächen wird, würd ich Zaya nennen Zu einer Stelle für Jan Das wird halt so ne russische Kampflespe Oha Holy shit Zwei Zoom mal raus Freddy Oh, hast du nen Screenshot? Ey, Nexus Guck mal wer da ist Deine Frau Nina Kaliente Gut, dass du gerade hier bist Ey, ich fühl mich unwohl Lass mich erst mal aufs Klo gehen Nein, lass mich erst mal aufs Klo gehen, bitte Oh, Freddy Ja, der geht schon aufs Klo Also, mit zwei Stunden mit den Gästen reden Okay Äh Für Kommendanten Äh, sie Wait The damn fuck Achso, ne, ich wollt grad sagen Warum hat Jan hier eigentlich romantische Interesse? Hä? Die kennen sich ja nicht mal Äh, 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 die kennen sich ja nicht mal Äh, 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 Kio macht sich jetzt auch halt jemanden ran Wer ist er? Don Lothario Lustig vorstellen Oha Nexus Dazu hab ich dich nicht mal angestiftet Nein, Freddy! Freddy! Die kaliente Familie Die sind reich Wenn wir uns doch alle nur in jemanden ran machen Ja hier, du gönst dir doch jetzt die Schwester Muskeln zeigen Was ist Jan? Nein! Freddy muss ins Zimmer Wer ist denn der Maul, Jan? Freddy klärt sich die Mutter von unseren Freunden Freddy steht ja so auf Miff Warte mal, wer ist älter, Jan oder Diana? Beide sind junge Erwachsene Wer ist er denn? Marvin Kaliente Ernsthaft? Ah Das ist aber nicht ihres, oder? Ey Jan Die haben schon ne kleines Kind in ihrem Haus Verlobten miteinander Alter, du hast einen Sie gehen erst noch raus auf den Balkon boxen Jan, deine Frau ist Schlägerin Entschuldigen, hä, was? Jan, du hast direkt erstmal Weißt du, Hochzeitstag und Jan verkackt das und wo sei er Freundin Absolut genialer Typ Muskeln zeigen Oha Wir müssen die beiden miteinander flirten lassen, dreimal Das ist ein falscher Knopf Ich will dir noch keinen Wewe machen lassen, nein, nein Warum nicht? Nochmal flirten Gäste, die zeremonieren lassen Ja, geht zur Arbeit Bezahlten Urlaub nehmen Hä? Hä, scheiß mal Da kam gerade, ob Freddy arbeiten soll Ich hab einfach Da stand, ja, nein, oder bezahlter Urlaub Bezahlter Urlaub Ja, eben OEEEY Ja, Alter Mixer engagieren Weißt du was? EEEEEEY Ja Was ist das? Freddy übt jetzt Getränke mixen Und Nexus geht weiter Klavier spielen Ja! Danke! Tega Tega, Jan ist so ein Macher, wirklich Jan hat uns aus dem Ruin gezogen, Freddy Ich hoffe, das weißt du Wer ist so ein... Wer ist er? Wer hat gesagt, werden wir nicht mehr im Ruin sind, denn hier tut er sie dann absetzen Ewige Liebe erklären Wann streicheln Wann streicheln Ewige Liebe erqueren, what the fuck? Ja, ja Jan muss aufs Klo, Freddy, falls du's noch nicht bemerkt hast Was? Hals, er guckt dir das an dieser Balken, Junge Holy shit EGOOOOHOLY SHIIIT Jan der liebes Balken ist schon... Einfotel gefüllt Ah nee, da drüber Nein, er ist gefüllt Er füllt sich noch Er ist gerade zurückgegangen Guck mal Jans Stimmung an Guck mal Jans Stimmung an Sehr kokett Das heißt Warte, was bedeutet das überhaupt, Freddy? Warte, ich zuck, scam mich Das heißt das Freddy Ja, es heißt Ah, Jan, du bist gerade sehr gewollt Warum Mit den Nerven Hat mir schlechte gespielte Instruments Zu lauten, selbst fertig Hier, Jan, fick dich Hä, das bin ich Freddy, fick dich Oh, Nexus hat Hunger Ja, Essen Essen Sollen wir mal den Scheiß von ihr in die Luft jagen Hä, was, nein Kochen Eier und Toast Einzelportion Oha Oh, Jan geht da besser Mario Wie ein Stiftgott Ja, ich weiß, dass Eikewald eigentlich Ding ist Oha Oha Die Nexus, es geht richtig ab, Junge Schmutz Schmutz Jan, Freddy, warum schmutzigen Witz erzählen? Weil es bei Serco Cat angezeigt wird Aber Aber Was? Oha Oha Jan hat gerade Dina kennengelernt, laut Sims Jan, du hast jemanden geheiratet, den du noch nicht mal richtig kanntest Laut Sims Oh, ja, der Welk Schirrscher Su, Su Kompliment über Aussehen machen gehen Hä, nach romantischem Interesse Frage, was? Kompliment über Aussehen, nicht in meinem Haus Nexus ist gerade ziemlich beschäftigt Nein, bezahlten Urlaub Was ist? Du wolltest gerade arbeiten gehen, du hast jetzt auch bezahlten Urlaub Jawoll Was heißt, ich kann mal üben, Freddy, jawoll Was machst du gerade? Hä? Du sollst essen Dann sag mir das nochmal Wo geht denn jetzt hin, Freddy, hier? Keine Ahnung Äh, hier, Gemüsetasche Er geht fern, wieso, der wollte Fernsehen gucken Ola Ich bin gerade nixen am üben Entspannt Okay, ich bin in den Rumpen gesprich Oha Warum unterhält sich Jan mit seiner zukünftigen Im Bar Sanft küssen Was? Haha Oha Ja, guck mal, das kam von ihr sogar Alter, Freddy, guck dir das an Ja, ich weiß Was eigentlich tatsächlich nicht schwer ist Was tatsächlich nicht schwer ist Orb drauf und zwei Headshots reposted Äh, Getränk zubereiten Wasser Das hat nix dazu zu tun Rebo macht weniger Schaden gegen Schild Hat man Schild Macht Rebo automatisch weniger Schaden Alter, Lexus Digger, Kopf mal nicht hingeguckt auf einmal Kopf mal nicht hingeguckt auf einmal Ist die Leiste bei der Fall Wie konnte Ivan das so verkacken Ey, ohne Scheiß, ja Ey, yo Wieso hat der immer noch Hunger? Ach, scheiß drauf Nein Hör nicht Scheiß drauf Mir geht's dreckig Freddy Zwing mein Charakter jetzt zu essen, Junge Der hat doch einfach aufgehört zu kochen, der Trottel Hör auf zu labern Und danach gehst du einfach in deren, äh, Badezimmer Ist, äh, alter Guckt ihr die ganzen blauen Sachen an bei Jan Oh, Jan hat irgendwas Rotes, Jan hat irgendwas Rotes, Jan hat irgendwas Rotes Ja, der hat Hunger Digga Jetzt hat meiner schon wieder aufgehört Alkoholfrei Freddy Ich hab schon wieder aufgehört zu kochen Freddy Ich hab Ja, der ist ja auch grad in der Badewanne Äh Freddy Mich haben sie erwischt im Bad Warte, ich weiß So, aufwecken Weil gleich ist die Zeit und wir müssen jetzt heiraten Hä? Die ist mir grad gegen den Typen, der heißt Bambini-Jung Freddy HEIRAT SIE BEVOR ES ZU SPÄT IST Ja, wenn ich was sehen würd Zoom raus Reih, raus Freddy, du hast doch deaktiviert Drück mal Steuerkreuz nach, äh, äh, Dingens Hä? Geh wieder ins Haus Steuerkreuz zur Seite Links Das ist was so Das bist Das bist Das bist Hab ich doch Nochmal Guck auf'm Balkon, ich glaube sie steht auf'm Balkon Hä? Ich sehe auch Jan einfach, hä? Wo geht er jetzt hin? Da ist die Häuserabwalkon Heimatantrag Jetzt Da ist die Häuserabwalkon Heimatantrag Jetzt Ja, Jan mach Warum bricht er das ab? Weil er... JAN IST WIEDER Nein Es lief so flüssig Oh 200 Euro, oh, nett Es lief so... Hör auf, mit Nexus zu labern Nein Hör auf zu schlafen Geh jetzt dahin Und heirate Komm, Junge Jan, hör auf, abzubrechen Jan, heirat sie doch Jan bricht automatisch ab Guck, Freddy Guck Ich sehe das Ey, Alter Warte Jan soll sich bei dir ins Bett legen Wartet mal, Leute, ganz kurz